Hey, ich bin Abby und ich habe die goldene CD von Florian Silbereisen bekommen. Ich hätte niemals gedacht, dass ich damit nach Hause komme. Ich bin hier mit nach Hause. Ich bin im We-Call-Hausland, Baby. Ich bin einfach weiter. Ich habe damit gar nicht gerechnet, aber ich bin einfach weiter. Der ist der S22. Ich komme. Ich bin immer rausgekommen, was ist los? Ich bin wirklich so einfach komplett aufgeregt und ich denke mir immer so, ist das wirklich passiert? Und dann, ich habe mich natürlich gefreut, aber dann war ich natürlich auch traurig, mein Bruder war weg. Und dann war mein Bruder einfach wieder da und krank. Das ist krank. Dazu kannst du nichts sagen. Das ist einfach krank. Ja, wie siehst du das? Ich habe es geschafft, Mann. Ich sage nur ein riesiges Dankeschön an Florian. Wirklich. Ich hoffe, dass wir in Zukunft auch sehr gut zusammenarbeiten können und dass du die Entscheidung bloß nicht bereust. Ich kann euch nur sagen, macht euch auf die nächste Runde gefasst und ja, es geht weiter.